Danke. Ja, Umut, halt, probier mich zu küssen. Kannst mich jetzt nicht küssen, das kann ich doch nicht machen. Du musst erst die Situation klären, aber das wäre für mich in der Situation einfach noch nicht in Frage gekommen. Klär die eine Situation, Umut. Und das ist mir halt wichtig, dass die eine Sache für dich geklärt ist. Okay, easy. Prost.